Zwei Tiroler Oppositionsparteien, die NEOS und die FPÖ, haben am Wochenende eine Ausnahme von den Corona-Maßnahmen für den Nikolo gefordert. Die Covid-19-Notmaßnahmenverordnung lasse den Nikolaus formal juristisch nicht außer Haus gehen, kritisieren die NEOS. Geht es nach den Pinken, so stößt in Zeiten, in denen Kinder ohnehin schon Leidtragende in der Krise sind, das auf absolutes Unverständnis. Stattdessen könne der Nikolo etwa kontaktlos an den Häusern vorbeiziehen, den Kindern zuwinken und seine Gaben an der Türe hinterlassen. Dies müsse aber rechtlich gedeckt sein. Daher die Forderung an die Tiroler Landesregierung, hier rasch in Wien tätig zu werden. Dass Hausbesuche derzeit nicht möglich sein, ist natürlich selbstverständlich. Auch die FPÖ will am 6. Dezember den Nikolo auf Tirolstraßen sehen. Es wäre sinnvoll, dass Personen, die einen negativen Test nachweisen können, als Nikolaus Darsteller die Familien auf der Straße oder im Garten besuchen können. Die Familien seien total verunsichert. Es brauche daher eine Handlungsanweisung. Was erlaubt ist und was nicht. Was erlaubt ist und was erlaubt ist und was erlaubt ist.